Willkommen Flieger zur Flugschule für Bruchpiloten. Das ist der erste Teil einer Serie, die ich für Anfänger von einem Anfänger machen will. Ich will euch ein bisschen helfen, wie ihr im Simulationsmod mit den Maschinen klarkommt. Ich werde keinerlei Erläuterungen machen zum Arcade-Modus oder zum Simulationsmodus. Ich werde es in Deutsch machen, weil es englische Anleitungen gibt. Ich denke mir, dass es noch keinen gibt, der das so macht. Deswegen fange ich auch mit der deutschen Maschine an. Unter anderem, weil diese deutsche Maschine für eine Anfangsmaschine sehr angenehm zu fliegen ist und einige Dinge hat, die die überlegene I-15 von Russen nicht hat. Unter anderem Trimmung und eine bessere Übersicht. Also, das werdet ihr dann sehen, wenn wir damit fliegen. Erstens wählt ihr einen Piloten, setzt ihn in das dritte Flugzeug von den Reservemaschinen der Deutschen. Und dann geht ihr auf Testflug. Stellt auf Simulator-Modus. Keine Bomben loot. Waffen sind egal. Also, ich habe es universal genommen. Diese Maschine ist ausgebaut. Das nehmt ihr so, wie ich das nehme. 300. Wertige Targeting an. Bombfuse 3. Minimal 38 Minuten. Und so weiter. Das, was ihr hier seht. So, und dann gehen wir einfach mal rein und gucken uns an, was wir vor uns haben. Erstmal gucken wir uns die Maschine von außen an. Das ist natürlich ein Doppeldecker, also zwei Flügel. Wir haben ein Dreier-Fahrwerk mit Heckrad. Die Räder sind auch vorne relativ weit, also sehr weit auseinander. Das heißt, die Maschine ist sehr leicht zu starten und zu landen und es liegt stabil auf der Startbahn. Das ist sehr angenehm. Und ja, ich habe euch zur Orientierung an der linken unteren Ecke den Ausschlag des Joysticks gepackt. Und ich zeige euch das einmal, das Höhenruder, das über den Joystick läuft. Damit steuert ihr, packe ich die Nick-Achse. Das heißt, ihr steuert nach unten, drückt ihn nach unten oder zieht ihn hoch. Dann hebt sich die Nase, hebt sich die Nase, drückt sich die Nase runter. Ihr geht abwärts, ihr geht aufwärts. Dann habt ihr die Querruder. Die sind links und rechts an den Flügeln und werden über die Seitlichtbewegung des Joysticks gesteuert. Nach links dreht sich das Flugzeug, also die Flügel drehen sich nach links. Es fliegt keine Kurve. Die Kurve kommt dann automatisch. Aber es fliegt eher so, es stellt sich quer. Es ist nicht wie beim Auto, wenn man nach links möchte oder im Arcade-Modus, wenn man irgendwie nach links drückt, dass das Flugzeug immer weiter nach, das ist irgendwie wie beim Auto, man schlägt links ein, lässt es links eingeschlagen, es läuft. Sondern man gibt ihm einen kleinen Schubs, das Flugzeug stellt sich quer und dann fliegt es die Kurve von ganz alleine. Wir werden das gleich im Flug ausprobieren. Und dann gibt es das Seitenruder. Das Seitenruder ist durch die Querbewegung durch Joysticks zu machen. Ich habe hier als Joystick ein Logitech Extreme 3D Pro. Das ist ein mittelmäßiger Joystick, der aber ganz ordentliche Werte hat. Ihr solltet diesen Joystick vorher mit eurem System sauber kalibrieren, so dass er die Mittelwerte hält, die Extremwerte korrekt drin hat und überhaupt richtig eingestellt ist. Über die Einstellung der Steuerung, da kümmere ich mich später. Wir machen erstmal reine Flugübung. Wir haben jetzt dieses Flugzeug vor uns. Dieses Flugzeug ist, wenn ihr es von der Seite seht, angestellt. Das heißt, es ist ja irgendwie ein bisschen aufrecht. Und damit würde es dieses übliche Problem haben, wenn ihr den Schwanz auf dem Boden, also das Heck auf dem Boden lasst und einfach nur Gas gebt. Dann wird ein Strömungsabriss passieren. Und dieses Flugzeug wird beim Start links oder rechts wegkippen. Das passiert beim Doppeldecker nur deswegen selten, weil das Ding will einfach fliegen. Der hat so viel Auftriebsleistung, dass ihm das egal ist. Andere Maschinen mit einer großen Tragflächenbelastung und kleinen Flügeln, wie zum Beispiel die E15, die Focke-Wulf, die E190 und andere Maschinen, die mögen das nicht. Die fallen dann zur Seite um. Ihr stauen praktisch direkt da. Ihr touchiert mit dem Flügel die Landebahn und fangt euch an zu drehen und eventuell im Flammen aufzugehen. Das wollt ihr sicherlich nicht. So, wir gucken uns erstmal an, wie das Cockpit aussieht, bevor ich irgendwas weiteres mache. So, nun sind wir im Cockpit. Ich schalte den Headtracker ein, damit ich mich ein bisschen umgucken kann. Wenn ihr keinen Headtracker habt, dann macht ihr das über einen Coolie-Head und stellt das so ein, dass ihr den Blick drehen könnt. Das könnt ihr in den Einstellungen machen, indem ich zum Beispiel Controls, könnt ihr in die Camera-Controls reingehen, dann könnt ihr die Head-Movement einstellen über das Coolie-Head und dann sagt ihr Relativ-Control-Yes, also Ja und könnt dann irgendwie den Blick hin- und herschieben und ihr sagt Reset-Axis. Da setzt ihr einen Joystick-Button irgendwie oben auf den Joystick, um wieder auf Null zu kommen. Das ist wichtig dann. Das ist jetzt hier nicht. Ich lasse das über den Headtracker laufen und das heißt, ich schalte ihn jetzt an. So, wir gucken uns erstmal an, was wir hier haben. Wir haben erstmal eine Zentrierung. Jetzt habe ich nochmal eine Zentrierung gemacht. So, was haben wir hier? Wir haben folgende Geräte. Wir haben die Höhenanzeige links, die Fahrtgeschwindigkeit. Wir müssen ungefähr 150 Stundenkilometer haben, wenn wir abheben wollen. Wir haben ein Hängt-Dreht- und Hängt-Anzeiger ist. Das ist wichtig. Das werden wir im Flug noch genauer erklären. Das überspringe ich jetzt erstmal. Die Umdrehung pro Minute, das heißt Motordrehzahl. Und unten haben wir noch ein paar andere. Das ist zum Beispiel die Temperatur und Treibstoff, das ist erstmal nicht so wichtig. Rechts die Uhr, Zeit ist auch nicht so wichtig. Was diese Maschine nicht hat, ist ein künstlicher Horizont oder etwas Vergleichbares. Das heißt, wenn ihr keinen realen Horizont habt, sondern zum Beispiel in Wolken fliegt, dann ist das sehr, sehr schwierig, diese Maschine in Orientierung zu halten. Deswegen tut es einfach nicht. Flieg nicht in die Wolken mit dem Ding. Das ist irgendwie nicht so gut. Ich empfehle beim Start immer ein klein wenig zurück zu, raus zu zoomen, sodass man die ganze Geschichte, dass man das ganze Flugzeug aus der Weitwinkelperspektive sieht. Damit sieht man die Start- und Landebahn links und rechts und kann das Flugzeug besser darauf halten. Ihr stellt das so ein, euer Flugzeug, dass ihr das Seitenruder, das mit dem Seitenruder auch das Hecklaufwerk betreiben könnt. Denn damit könnt ihr dann lenken. Ansonsten wird hier nur das Seitenruder benutzt. Das mit dem Seitenruder lenkt man am Boden. Das ist so ein, das ist so normalerweise. So, normalerweise, bevor man startet, geht man irgendwie alle, also visuell alle Klappen durch, ob sie funktionieren. Das ist in diesem Spiel natürlich nicht unbedingt nötig, aber in anderen Spielen kann das schon mal passieren. Oben haben wir einen Spiegel, damit wir können nach hinten gucken und einen Kompass. Der ist natürlich nett. Wir haben eine, so, und wir starten einfach mal den Motor. Es ist wichtig, wie gesagt, dass ihr beim Start, der Motor dreht sich nach rechts. Das heißt, das Flugzeug wird, Aktion gleich Reaktion, versuchen sich nach links wegzudrehen. Dem müsst ihr versuchen, ein klein wenig zu begegnen, um das Flugzeug beim Start auf der Startbahn zu halten. Wir haben momentan keine Flaps. Normalerweise kann man die Startklappen ausfahren. Das verbessert sozusagen die Auftriebsfähigkeiten der Flügel bei niedrigen Geschwindigkeiten. Das ist bei vielen Monoplanes, also wenn sie nur einen Flügel haben, ist das der Fall. Und bei Doppeldeckern in der Regel nicht. So, ich gebe jetzt einfach mal Schub und wir reißen die Maschine nicht hoch, sondern wir drücken sie erst runter. Wir drücken sie mit der Nase leicht runter, bis wir geradeaus fliegen, fahren dann so lange, bis wir Geschwindigkeit aufgebaut haben. Ich würde sagen, ab Geschwindigkeit ist so bei 160. Also ab 130 könnt ihr aber auch 160 zur Sicherheit. Und dann ziehen wir langsam den Stick zurück, um die Maschine in die Luft zu bekommen. Ich mache extra keinen Luftstart mit euch, sondern wir machen das wirklich vom Boden aus. Das ist in der Flugschule normalerweise nicht der Fall. Aber in diesem Fall müssen wir das machen, damit wir zum nächsten Schritt kommen, nämlich in der Luft sein. So, wie ihr seht, ich gebe Gas und die Maschine dreht sich nach links weg. Ihr seht das. Und jetzt wollen wir einfach mal sehen, dass wir hier das Ding sauber hochkommen. Ich lenke jetzt gegen mit dem Seitenruder. Drücke die Maschine. Jetzt hebt sich der Schwanz, wie ihr seht. So. Und jetzt will sie eigentlich schon fliegen. Wir haben auch eine Geschwindigkeit von 140. Ich sage ja, ab 130 will sie fliegen. Ich gebe ein bisschen mehr Gas, 160, ganz locker ist sie weg. So, wir haben kein normalerweise, sagen wir jetzt Fahrwerk einfahren. Brauchen wir nicht, weil es hat kein Einziehfahrwerk. Ich nehme die Geschwindigkeit auf 65, 60 Prozent runter. Und jetzt sind wir erstmal in der Luft und fliegen geradeaus. Wie ihr seht, sind wir irgendwie einigermaßen gut weggekommen. Wir steigen auf, sagen wir mal, 300 Meter. Wir versuchen gerade zur Landebahn zu bleiben, um vorwärts zu fliegen. Und nehmen auch das Weitwinkel wieder ein bisschen zurück. Das ist ein bisschen übersichtlicher dann. So, wenn wir die 300 Meter haben, wir können natürlich auch mehr ziehen. Dann können wir sagen, okay. So, jetzt sind wir erstmal irgendwie auf 300 Meter. Und wir sorgen dafür, dass wir jetzt diese Maschine austrimmen. Austrimmen heißt, dass ich momentan, seht ihr, dass mein Joystick gezogen und gedrückt wird. Und was weiß ich, damit ich irgendwie das Ding in der Luft halte. Ihr stellt zum Beispiel eine Reisegeschwindigkeit ein. Also 70 Prozent Motorleistung, sage ich, ist Reise. So, stelle ich jetzt gerade ein. Und jetzt sorge ich dafür erstmal mit der Trimm-Einstellung, die ich auf die Cursor-Tasten gelegt habe. Das müsst ihr umbeliegen. Dass ich ein bisschen ziehe. Also so lange, bis das Ding sich von alleine in der Luft hält. Und ich nichts mehr mit dem Joystick machen muss. Dadurch, dass ich das mache, muss ich nicht mehr kämpfen gegen die Maschine. Ich muss sie nicht mehr halten. Jetzt will sie ausbrechen nach links. Das passiert. Und ich kämpfe dagegen an, indem ich irgendwie ein bisschen Querruder gebe. Das ist eigentlich nicht der richtige Weg, das Querruder. Wir gucken uns nämlich nochmal was an. Und zwar steht hier, hängt. Seht ihr das? So, das ist folgender Effekt. Ich nehme auch mal Querruder wieder auf Null. So, die Trimmung ist wieder auf Null. Die Trimmung ist, wenn ihr Trimmung macht, ich gucke jetzt mal zur Seite raus. Ich trimme das Ding mal. Dann dreht sich das ein ganz klein wenig nach oben oder nach unten. Da muss ich jetzt irgendwie kräftig gegenarbeiten. Das heißt, damit stellt ihr sozusagen die Flügel fest auf einen Wert, der dann das Flugzeug beeinflusst. So, wir haben jetzt aber folgendes. Wir haben einigermaßen diese Höhe, die wir jetzt halten, ohne dass wir irgendwas machen. Die 17, 18 Prozent. Das könnt ihr euch merken. Das könnt ihr wahrscheinlich bei euch genauso machen. Wenn ich den Joystick loslasse, der sackt immer noch. Das heißt, ich nehme es nochmal ein bisschen mehr. 18, 19, 20 und irgendwann steht er. So, wenn ihr jetzt einen Button genommen habt, Trimmung speichern, dann könntet ihr das jetzt drücken. Und dann wird es gespeichert. Bei dieser Maschine, also bei den Reservemaschinen funktioniert das Speichern nicht. Aber bei allen anderen Maschinen funktioniert das. So, jetzt gucken wir uns mal kurz die Trimmung an. Montage steht das hängt. Hängt heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel, achte mal drauf, ich gebe jetzt Seitenruder und ich drehe ihn sozusagen jetzt nach rechts und nehme Querruder dagegen und sorge dafür sozusagen, dass er, also normalerweise, wenn ich nur Seitenruder gebe, Seitenruder, dann dreht er, probiert es einfach aus, was er macht. Und ich gebe Seitenruder, er dreht sich, also er dreht im Prinzip Schwanz zur Seite und fängt an, die Maschine anzustellen gegen den Wind. Also, ich mache jetzt mal, ich gleiche das mit dem Querruder, mit dem Querruder kann man die Maschine kippen, wie man sieht. Also ich, nochmal gerade, wenn er ihn loslässt, also ich kippe ihn einfach mal, ich kippe ihn und lasse ihn stehen. Ich mache jetzt nichts mehr. Die Maschine bleibt stehen und geht jetzt irgendwie runter, weil irgendwie der Auftrieb fehlt, um ihn zu halten. Das heißt, ich gebe ihn nochmal ein bisschen mehr Trim, nochmal mehr Trim, nochmal. Ich kippe ihn zur Seite und hier nochmal ein bisschen mehr Trim, nochmal ein bisschen mehr Trim. Jetzt ist er so. Und jetzt kann er, jetzt würde er sich selbst halten, ich stelle ihn zur Seite. Jetzt mache ich nichts mehr mit dem Joystick. Joystick losgelassen und er bewegt sich langsam zur Seite. Das mache ich nochmal mit der anderen Seite. Hin, er bewegt sich, dreht dann, er versucht dann langsam zu drehen. So, das ist nämlich die Art und Weise, wie man eine Kurve fliegt. Ihr legt ihn auf 30 Grad, zieht leicht mit dem Höhenruder, sodass ihr die Nase leicht irgendwie am Horizont oder über dem Horizont haltet. Ihr könnt das sehen an der Höhenanzeige, irgendwie oben links, Altitude, dass ich ungefähr bei 270 Meter bleibe. Und wir drehen einfach mal so lange, bis wir wieder zur Landebahn ausgerichtet sind, damit wir hier nicht aus der Map rausfliegen. So, das ist eine typische Kurve, die ihr fliegen könnt. Ich mache jetzt eine ganze Kurve, einmal schön rum, schön halten, Höhe halten. Also 230 Meter habe ich jetzt, so lange, bis wir zur Landebahn wieder zeigen. Und dann stellen wir ihn wieder gerade. So, jetzt stellen wir ihn wieder gerade und er fliegt wieder geradeaus. Und so fliegen wir nicht aus der Map. So, dasselbe können wir irgendwie mit der anderen Richtung machen. Ein bisschen ziehen. Ihr seht das am Joystick in der Ausrichtung, dass ich ein bisschen ziehe dabei. Ich mache nichts weiter, als das Flugzeug querzustellen und auf Höhe zu halten. Und dadurch, dass ich hinten das Höhenruder leicht ziehe, seht ihr, je stärker ich das ziehe, desto schneller wird die Kurve. Aber desto schneller verlieren wir auch Energie. So, nun zu der Frage Seitenruder. Was macht das Seitenruder? Ich erkläre das jetzt alles und ihr könnt das selbst spielerisch ausprobieren, was das bedeutet. Wir können mit dem Seitenruder den Schwanz zur Seite rauskippen. Ihr seht das, wenn ich das mache, wie jeder Schwanz zur Seite rausgekippt wird. Mal schön darauf achten, dass das Ding dann dabei nicht abstürzt. Und wenn wir jetzt mal sehen, wie fliegen wir. Ich gebe es mal ein bisschen tiefer runter, dass ihr besser sehen könnt, in welche Richtung wir fliegen. So. Und wir stellen jetzt mal das Seitenruder völlig krass in eine Richtung und arbeite jetzt mit einem Querruder dagegen und sorgt dafür, dass es sich nicht quer neigt. Also, dass das Flugzeug nicht nach rechts abkippt. Das will mich nach rechts abkippen. Jetzt achtet mal, in welche Richtung wir fliegen. Wir fliegen in die Richtung, in die ich gucke. Seht ihr? Seht ihr, in welche Richtung wir fliegen? Wir fliegen in diese Richtung. Ich bleibe jetzt diese Richtung, in die ich jetzt gucke. In der Mitte des Dings. Und wenn ich das loslasse, dann seht ihr, dass das Flugzeug sich korrigiert und fliegt auch wirklich in diese Richtung. Ich mache das nochmal in die andere Richtung. So, da haben wir ihn. Und jetzt haben wir diese Querstellung. Und das muss man irgendwie ein bisschen Koordination. Und diese Koordination, die übt ihr. Warum? Dieses Querstellen hat folgende Sache. Seht ihr hier unten diese Hängt-Anzeige? Die sagt nämlich, dass wir quer zur Flugrichtung stehen mit dem Rumpf. Und das bremst natürlich. Das heißt, wir haben einen erhöhten Luftwiderstand, weil wir den nicht gerade fliegen, sondern wir fliegen im Prinzip quer. So, das bedeutet, unsere Geschwindigkeit geht runter. Das kann man machen, zum Beispiel bei einem Landeanflug oder bei Querwinden wird das bei Landungen gemacht. Da ist das sehr, sehr wichtig, wenn man zum Beispiel jetzt das Flugzeug querstellen muss, damit man gerade zur Landebahn kommt oder der Wind kommt schräg oder so. Aber auch wenn ihr zu schnell seid bei der Landung, könnt ihr damit diesen bremsen, ohne große Sachen zu machen. Was wir aber wollen im Flug, ist, dass diese Kugel möglichst in der Mitte ist. Das heißt, jetzt stellen wir, dadurch, dass der eine Propeller das Flugzeug ein klein wenig zur Seite dreht, haben wir praktisch diese, sind wir, das ist der falsche, den hier wollen wir haben. So, wir geben jetzt Rudertrimmen, ein bisschen so lange, bis wir unsere Kugel in der Mitte haben. Wir probieren jetzt das in die eine, das ist die falsche Richtung, das heißt, wir müssen in die positive Richtung schicken, da wo ich auch schon mal war. So, noch mehr. So, jetzt haben wir, jetzt sind wir ausgetrimmt, seht ihr es? Jetzt sind wir, jetzt sind wir, jetzt fliegen wir geradeaus. Jetzt fliegen wir wirklich geradeaus. Ich muss allerdings den Joystick loslassen, was ich jetzt nicht gemacht habe. Das war ein Fehler. Also Joystick loslassen, ein bisschen zurücknehmen. Und das müsst ihr irgendwie im Prinzip mit jedem Flugzeug, das ihr fliegt, für jede Geschwindigkeit ausprobieren. Und jetzt müsste man das zum Beispiel speichern, falls ihr crasht oder so, dass ihr dort wieder anfangen könnt. Wie gesagt, diese Maschine speichert leider die ganze Geschichte nicht. So, jetzt haben wir, jetzt haben wir praktisch die Seiten, mit dem Seitenruder die Trimmung festgestellt. Sind aber dabei, wenn ich jetzt den Joystick loslasse, nach links abzukippen, wie ihr seht. Und das mache ich mit dem Querruder, korrigiere ich mit dem Querruder. So, so lange, bis er geradeaus fliegt. So, nochmal ein bisschen Elevator, ein bisschen Höhenruder geben. Und irgendwann ist er richtig schön getrimmt. So. Und diese Trimmung wird leider nicht gespeichert, aber ihr könnt sie euch aufschreiben, sodass ihr sie immer wieder herstellen könnt. Aber wenn ihr seht, ich nehme jetzt die Hände weg vom Joystick. Und mit dem Joystick, die Maschine bleibt groß und ganz stabil und lässt sich jetzt bequem fliegen. Ich brauche mir jetzt keine großen Gedanken machen um diese Maschine. Wenn diese gut ausgetrimmt ist, lässt sie sich sehr, sehr leicht fliegen. Und wie leicht sie sich fliegen lässt, das können wir auch gerne ausprobieren. Also jetzt mache ich nochmal diese Kurve. Wie ihr seht, diese Kurve läuft jetzt, ich mache jetzt fast gar nichts mehr. Sie geht ganz von alleine in die Kurve. Seht ihr, ich mache diese 30% Einstellung. Und er ist völlig bequem, völlig entspannt fliegt er jetzt diese Kurve. Und wir haben da vorne zum Beispiel eine Brücke. Und wenn ihr das richtig gut ausgetrimmt habt, ist es sehr, sehr leicht unter dieser Brücke durchzufliegen. Und das ist natürlich, werde ich wahrscheinlich lügend gestraft werden und werde diese ganze Geschichte crashen an dieser Stelle. Obwohl, das sollte eigentlich nicht passieren. So, gehen schön runter. Das probiert ihr aus, dass ihr das, wenn ihr die sauber getrimmt habt, ist das überhaupt kein Problem. Dann passt sie locker unter der Brücke durch. Das geht ganz wunderbar. So, und wenn ihr das nicht könnt, wenn ihr nicht unter dieser Brücke durchfliegen könnt, dann ist die Maschine nicht bereit für den Kampf. Das heißt, wenn ihr kämpft, müsst ihr, zum Beispiel hier haben wir dieses Bodenziel. Da ist irgendwo ein Lastwagen. Und da fliegen wir jetzt mal hin. Und das können wir uns jetzt ganz, ganz locker vornehmen. Und das werden wir ganz super treffen können. Das ist aber nur möglich, wenn ihr die Maschine getrimmt habt und wenn ihr diese einfachen Manöver beherrscht, die ich jetzt gerade habe, wie zum Beispiel dieses einfache Kurvenfliegen. Mehr mache ich momentan noch gar nicht. Wir machen keine Loopings, wir machen kein sonst was, sondern wir machen nur einfach dieses Kurvenfliegen. Und da vorne ist irgendwo der Lastwagen. Zoomen wir mal ran. Wo ist er denn? Der muss irgendwo links sein. Da ist er wahrscheinlich. Ich sehe ihn nicht. Das ist irgendwie so eine Sache immer. Man muss ein bisschen aufpassen. Der muss aber hier sein. Wo ist er denn? Ich habe ihn irgendwie übersehen. So, das ist irgendwie zum Beispiel auch eine schöne Übung, dass ihr übt, im Simulationsmodus praktisch so ein Ziel zu finden. Also ich fliege ja meistens russische Maschinen. Und in diesem Fall eine deutsche. Und deswegen weiß ich zum Beispiel nicht genau, wo dieser verdammte Lastwagen ist. Und den suchen wir uns jetzt. Und das ist dann die Sache, die ihr natürlich in der Simulationsschlacht auch machen müsst. Weil keiner euch hilft. Also keiner weiß jetzt. Guck mal, da ist er. Da ist er. Sehr schön. So, um den zu holen, machen wir jetzt schön eine Kurve, wie wir es gelernt haben. Erstmal nehmen wir ein bisschen Anlauf. Alles ist in Ruhe. Wir machen nichts hektisch. Wir machen keine hektischen Bewegungen oder sowas, sondern wir gehen ganz ruhig in diese Situation rein. Nehmen jetzt die Leistung weg, damit wir nicht so schnell sind. Damit wir ein bisschen Zeit zum Zieren haben. So, da vorne ist der Lastwagen. Und jetzt gleiten wir auf diesen Lastwagen zu. Wie ihr seht, ist diese Maschine wundervoll getrimmt. Und ich habe überhaupt kein Problem, den zu zieren und wegzuschießen. Das war vielleicht ein bisschen spät. Ihr solltet es vielleicht ein bisschen früher machen. Aber ich wollte sicher gehen, dass ich das Ding auch treffe. So, nun haben wir das Kurvenfliegen, das Trimmen und das Geradeausfliegen geübt. Also wirklich, das Geradeausfliegen ist nicht selbstverständlich. Wie ihr seht, jetzt ist sie gut getrimmt. Die fliegt geradeaus. Also diese Hengkugel ist zentriert. Aber die Hengkugel verändert sich, je nachdem, je mehr Gas ich gebe. Wenn ich Sturzflug mache, wenn ich kein Gas gebe, seht ihr? Das hängt, verändert sich dadurch. Das heißt, diese Trimmung müsst ihr permanent nachstellen. Und deswegen ist eine gute Maschine, hat diese Trimmräder. Und wenn ihr es nicht habt, habt ihr ein Problem. Jetzt wollen wir mal einen Landeanflug probieren. Und das ist das Erste, was wir machen, sozusagen diese typische Platzrunde. Gut, aber bevor wir diese Landung machen, müssen wir erstmal sehen, wie reagiert unser Flugzeug. So, das heißt dafür, also von wegen, wir probieren das Landen sozusagen in der Luft. Das macht ihr auch. Ihr geht nicht, ah, 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 seht ihr? Solche Sachen machen wir zum Beispiel nicht. Oh, die ist viel träger als die I-15. Also schön, eine ruhige Kurve, nicht so ein Quatsch, wie ich jetzt mache. Dann pumpt ihr ein bisschen höher. Hier ist es 500 Meter, 1000 Meter, sag ich mal, reicht vorkommen. Ah, die steigt irgendwie wie ein Stein. Man kann, das Schöne ist, man kann dieses War Emerging Power, also praktisch diese Überlast, kann man im Prinzip endlos fliegen bei dieser Maschine und damit ist sie vielleicht gar nicht so schlecht. So, jetzt sind wir ungefähr auf 800 Meter. Und ich mache jetzt mal Folgendes. Ich gucke mal, wann diese Maschine anfängt abzusacken. Ich nehme die Motorleistung weg und halte sie jetzt kurz über dem Horizont. Und achtet mal auf die Höhe. Ich versuche die Höhe zu halten und die wird irgendwann, er wird immer langsamer, 130. Seht ihr? Ich halte ihn jetzt mit Querruder so parallel. Und 125. Und jetzt fällt er nur noch. Und ich kann ziehen, ziehen, ziehen. Seht ihr, wie sehr ich den Joystick ziehe? Es passiert nichts. Es passiert nichts mehr. Er steigt nicht oder sowas. Er wird jetzt 112, 110. Ich bin jetzt voll gezogen. Seht ihr? Ich habe jetzt voll das Höhenruder gezogen. Und normalerweise schmiert dann, also gibt es einen Strömungsabriss und die Maschine kippt nach vorne rüber. Was diese Maschine nicht macht. Diese Maschine bleibt in der Luft. So, diese 110 Stundenkilometer ungefähr, wie ihr jetzt habt, das ist die absolute Storygeschwindigkeit. Das heißt, das ist der Moment des Strömungsabrisses, wo diese Maschine anfängt zu segeln, weil sie so viel, weil sie so leicht ist und so viel Flügelfläche hat. Kann man das machen mit ihr. Und wie ihr seht, ich gehe einfach nur abwärts. So, mit diesen 110 Stundenkilometer. Ei, 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 ei. Seht ihr? Da, in dem Augenblick, wo man dann Stoff gibt, da müsst ihr ganz vorsichtig wieder rauskommen aus diesem Stall. Und das sieht schlecht aus. Ich habe missgebaut. Ich habe es überlebt. Und deswegen machen wir den Kram nochmal von vorne. Also, wenn ihr in diesem Stall-Modus seid, müsst ihr erst die Nase runternehmen. Das machen wir gleich nochmal. Aber ihr seht dann auch, dass... Also, ich lasse die Fehler auch absichtlich drin, damit man irgendwie aus Fehlern lernt halt. So. Wir machen hier nochmal den Start. Nase runter. 150, wie wir haben eben gesehen, bei 110, also der Ergebnis auf 110 runter. Das heißt, 150 reicht vollkommen, um abzuheben. Steigen wir nochmal kurz auf ein paar hundert Meter. So, hungern sie nochmal aus. 138, 139. Wie ihr seht, ich habe sie jetzt auch so ausgehungert, dass sie jetzt im Stall ist. Ich halte sie aber praktisch mit den Querrudern in der Waage. Alles gut. So, das ist die Stallgeschwindigkeit. Wir lassen ihn erst fallen. Nehmen ein bisschen Geschwindigkeit auf. Geben vorsichtig Gas. Und haben sie dann abgefangen. Also, so macht man das natürlich. Und dann können wir sie wieder fliegen. So, jetzt machen wir die Platzrunde zu Ende. Das heißt, wir setzen unsere schöne kleine 30-Grad-Kurve, die ich gesagt habe. Nase kurz über den Horizont. Sorgen dafür, dass wir ungefähr die Höhe halten. Der hat hier keine Steig- und Sinkanzeige, wenn ich das richtig sehe. Ihr könnt das Seitenruder benutzen, den es zusätzlich gibt, wie ich das jetzt gerade mache, um die Kurve ein bisschen zu beschleunigen. Übertreibt es nicht. Und dann sind wir genau wieder parallel zur Startbahn. Wir fliegen also praktisch wieder in die Richtung. Wir fliegen jetzt die Platzrunde. Das ist praktisch irgendwie so ein Oval. Normalerweise fliegt man von der Startbahn weg, nach links rüber. Das Oval, ich bin jetzt nach rechts rüber geflogen. Da muss man dann sehen, wie man das macht. Mal schön parallel und dann bereiten wir mal den Landeanflug vor. Nachdem wir wissen, wo der Strömungsabriss ist, wissen wir auch, mit welcher Geschwindigkeit wir landen müssen mit dieser Maschine. Mit ungefähr 130. Und wenn wir aufsetzen, wäre es optimal, wenn wir 110 haben und das Ding wirklich ganz einen sanften Touchdown macht. Und diesen sanften Touchdown, den müsst ihr auch üben. Ich nehme jetzt die Geschwindigkeit gleich ein bisschen runter, damit wir nicht so viel Geschwindigkeit aufbauen. Wir sind jetzt bei 200. Achtet mal drauf. Ich nehme noch ein bisschen Distanz, damit wir ein bisschen Ruhe haben beim Anflug. Und das ein bisschen vorsichtig machen können. Wir gehen jetzt mal runter auf 50 Prozent etwa. Unsere geübte 30 Grad Kurve, das ist jetzt 45, 30 reicht eigentlich. Mit dem Querruder ein bisschen nachziehen. Die Schwanz ein bisschen rumbringen, bis wir schön parallel zur Landebahn sind. Jetzt nehme ich die Power nochmal weiter runter. Lass ihn jetzt erstmal runter sinken. Ich nehme mal ein bisschen Speed, ein bisschen Höhe weg. Und jetzt nehme ich die Nase hoch. Jetzt gucken wir mal, wenn ich die Nase hoch genommen habe, dann müsste eigentlich schön abwärts gehen. Ich weiß nicht, wir hätten vielleicht ein bisschen mehr Platz noch nehmen sollen, aber das sollte eigentlich alles gehen. Wir haben ziemlich viel Landebahn. So, wir sind 140. Das ist eine ganze Menge. Das ist ja immer noch nicht Stollgeschwindigkeit. Ich habe jetzt eine Hand auf der Bremse. Und das war's. Ja, und wir sind gebounced. Das ist die eigene Sache. Jetzt müsst ihr ziehen, ansonsten macht ihr ein Fliegerdenkmal. Ziehen, 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 ziehen. Ein bisschen bremsen. Und wir hier nicht über die Landebahn hinausgehen. Das war's. Sehr schön. So, das machen wir auch gleich nochmal. So, wir gehen auf die Startbahn. Das ist ja normalerweise alles automatisch. Aber ihr seid ja manchmal, dass ihr irgendwo zwischenlanden müsst oder sowas. Normalerweise müssten wir jetzt Taxi fahren bis zum Ende der Landebahn. Und dann wieder starten. Das machen wir. Wir starten jetzt in die Gegenrichtung. Machen das gleich nochmal. So, ich habe die Seitenruder auch mit den Bremsen verbunden. Das habe ich in einem anderen Video schon mal gezeigt. Das solltet ihr euch vielleicht nochmal ansehen. Und das wiederholen. So, damit ihr besser lenken könnt bei der geringen Geschwindigkeit. So. Wir geben wieder Gas. Nase nach unten. Auf der Startbahnlast behalten, die Maschine, wenn es irgendwie geht. Nicht so wie ich. Abheben. Wir haben bei Weitem genug Geschwindigkeit. Ihr braucht nicht mehr so viel Geschwindigkeit zu geben. Sobald ihr weg seid. 30 Grad Kurve. Nase leicht nach oben. Geschwindigkeit auf 60%. Und eine schöne Kurve fliegen. Bis ihr parallel seid zur Bahn. Jetzt fliegen wir zur anderen Seite. Und machen die Landung von der anderen Seite aus. Wie ihr seht, ich arbeite hier mit dem Seitenruder ein bisschen, um die Parallelität herzustellen. Ich versuche ihn irgendwie halt auf einer Höhe zu halten. Ich gehe jetzt die Geschwindigkeit wieder ein bisschen runter. Damit wir nicht so schnell werden. Die Maschine wird ja nur ungefähr 300 und Keks gespielt als 310 maximal. Das heißt, wir sind nicht besonders, wir sind gar nicht besonders schnell. Aber wir sind jetzt ungefähr auf zwei Drittel der Geschwindigkeit. Fliegen so lange, bis wir jetzt dieses Mal ein bisschen mehr Platz haben. Damit wir irgendwie damit spielen können. Das macht ihr alles schön selbst. Und ihr lernt erstmal irgendwie zu fliegen. Nase oben halten. 30 Grad. Schöne Kurve fliegen, so wie ich das jetzt vormache. Leistung wegnehmen. Und jetzt machen wir folgendes. Jetzt lege ich mal hier ein bisschen quer. Jetzt hungere ich mal ein bisschen früher aus. Jetzt gucken wir mal, was passiert. Das soll ich ein bisschen experimentieren mit den Flugzeugen. Das kann ich nur sehr empfehlen. Das soll ich unbedingt machen. So, wir haben jetzt 130. Und jetzt gucken wir, jetzt gehen wir langsam in den Sinkflug. So, wir fallen jetzt sozusagen ganz sanft. Ich kann ein bisschen den Kopf nach oben nehmen, damit ihr ein bisschen von oben über die Nase rüber gucken könnt. Das solltet ihr auf den Kuhli-Head packen. Und so könntet ihr, also praktisch jetzt bin ich im Strömungsabriss, lande ich dieser Maschine. Das ist jetzt sozusagen, das ist jetzt traumhaft eigentlich. Das ist jetzt so eine sogenannte Dreipunkt-Landung, die perfekt ist. Seht ihr? So, das ist perfekt. Das ist irgendwie im Prinzip der Zustand, in dem ihr die Maschine runterbringen solltet. Und diesen Zustand solltet ihr bei jeder Landung versuchen zu erreichen. Dass ihr praktisch genau in diesem Moment, in dem Moment, den ihr ausprobiert habt in der Luft, wann die Maschine aufhört zu fliegen und wie die anfängt zu sacken, das ist die Geschwindigkeit, mit der ihr aufsetzt. Das ist optimal. Allerdings ist es nicht so ganz einfach. Ich mache es auch nicht immer richtig. Zumindest weiß ich, wie es geht. Ich hoffe, dass ich euch das zeigen konnte. Und dass ihr ein bisschen verstanden habt, wie das funktioniert mit dem Flugzeug. Probiert das erstmal aus. Querruder, Seitenruder und Höhenruder. Wieso gehen das Seitenruder nicht? Achso, weil ich auf der Bremse bin. Gut, Seitenruder. Das ist, also praktisch diese, diese, das Seitenruder, also die Maschinen hatten im Ersten Weltkrieg teilweise, oh, das zeige ich auch nochmal, die hatten keinen Querruder. Die hatten nur Seitenruder und Höhenruder. Und damit ganz alleine mussten sie im Prinzip fliegen können. Und das ist gar nicht so einfach, wenn man das versucht. Ich versuche das jetzt nochmal, dass ich euch zeige, wie... Ah, schön. Die Maschine auf die Landebahn stellen. Ah, apropos, das spielt damit ruhig rum. Nicht irgendwie immer nur den Computer, das Ding perfekt hinstellen lassen, sondern das einfach mal selbst üben, dass ihr das hinkriegt, die Maschine selbst irgendwie auf die Landebahn zu stellen. So, wir gehen jetzt nochmal nach oben. Und keine Querruder. Jetzt nur mit Seitenruder, dass die Maschine fliegen. Das ist gar nicht so einfach, aber übt das ruhig mal. Weil manchmal sind eure Querruder... Also bei der letzten Sauti, die ich hier aufgezeichnet habe, sind mir die Querruder zerschossen worden. Und ich hatte keine Funktion mehr in den Querrudern. Ich konnte nur Seitenruder geben. Wie ihr seht, das geht. Ich gebe jetzt keine Querruder. Ich habe ihn praktisch quergestellt über das Seitenruder. Hier, also da einmal quergestellt. Dann habe ich ihn gehalten. Und praktisch in dem Augenblick, wo er quer ist, fliegt da seine Kurve. Mit dem Höhenruder halte ich die Nase oben. So, keine Querruder. Das gebe ich überhaupt nicht. Und, ah, das war eben ein Reflex. Nur mit Seitenruder. Das Ding steuern ist gar nicht so einfach, aber übt das ruhig. Nur mit Seitenruder. Und dann machen wir gleich mal einen Landeanflug. Nur mit Seitenruder, ohne Querruder. Das ist eine wichtige Übung. Wie gesagt, das kann passieren im Kampf. Dass euch das Querruder weggeschossen wird. Oder das Seitenruder oder das Höhenruder. Und dann müsst ihr, entweder stützt ihr dann ab. Oder ihr habt irgendeine Möglichkeit, das auszugleichen. Das gelernt zu haben. So. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob wir das Ding ohne Querruder runterbringen. Also, ich nehme das Seitenruder zum Anstellen. Das geht. Wie ihr seht. Höhenruder geben, damit man die Nase oben hält und damit die Kurve geflogen wird. Ich nehme meine Leistung ein bisschen weg, damit wir nicht so schnell sind. Das wird wahrscheinlich nicht die perfekteste Landung aller Zeiten, aber gucken wir mal. Jetzt bin ich einigermaßen auf der Bahn. Ich hungere ihn aus. Ich bin zu schnell. Aber nicht viel. Das war also eine Platzrunde, der etwas... Also, ich glaube, am Schluss habe ich hier irgendwie massiv Seitenruder gegeben, damit die Maschine irgendwie schneller bremst. Manchmal ist es so, dass das... Man macht das normale Wasser natürlich nicht in Wirklichkeit, aber hier in der Simulation ist das teilweise ganz praktisch, wenn man zum Beispiel gleich wieder starten will. Oder wenn zum Beispiel die Landebahn zu kurz ist und wenn ihr irgendwie dafür sicher gehen wollt, dass ihr nicht darüber hinausrollt oder sowas. Übt das und wir sehen das nächste Mal. Ich werde dann einen neuen Teil machen. Alles klar. Bis dann bei der Flugschule für Borofpiloten.